Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT mit Josch, mit Neo, mit Dani, mit Molle, mit Magnus, mit Dampf, und mit Tim. Den will doch keiner. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Wenn, dann tut es mir echt klar. Hast du Jan genannt? Ja, hat sie. Ja, hab ich, oder? Ja. Er ist so unwichtig, ich hab ihn vergessen. Neo, warum hast du Schaden? Weil ich zu blöd bin für Treppen. Ja, ich auch. Warum hast du Schaden? Ich bin runtergefallen. Weil ich zu blöd bin für Treppen. Nein, weil du als Kind runtergeworfen wurdest. Ja, meine Eltern waren ganz böse zu mir. Josch ist gerade im Traitor-Shop gewesen. Das sind Sachen untergefallen. Traitor? Markus, ich vertraue dir nicht. Kann man da rein? Ja, genau. Sam, ich vertraue dir nicht. Wer bist du? Vertraue dem nicht, der gerade runterfällt. Wow! Hat jemand geschossen? Ähm, Jan. Ich glaube, da ist was passiert. Menschen. Moment, ich bin Unschuldig. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Ah! Warum passe ich da rein? Neo? Ich hab auch gedacht, das ist so. Okay, das war ein... Okay, in der Explosion war's. Ja, weil der, also Jan hat gerade, glaube ich, geschossen. Also hier liegen die Leiche. Also wenn ich es richtig gesehen habe. Wer war's? Hier liegt noch eine tote Leiche. Ja, das ist ein Twitter-Item da. Es gibt doch wenig lebende Leichen. Was denn? Ich hab ne Diegel. Warte. Wer ist auch noch ein Twitter-Item, was genau wie ein Diegel aussieht. Also um es noch mal kurz zu reden. Dann ist auch noch... Jan, 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 Jan! Dein im Schacht, Dein im Schacht, Dein im Schacht. Warte. Dein im Schacht ist er. Ja, 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 ja. Ich will nicht sterben. Bitte. Okay, aber ich kann nicht schon mal vertrauen. Oder? Kann ich euch vertrauen? Weiß nicht. Seid ihr vertrauenswürdig? Nee. Ich bin immer vertrautswürdig. Du darfst niemandem vertrauen. Josh, ich bin vertrautswürdig. Ähm, okay. Das letzte Mal, wo du gefragt hast, wo jemand, ob dir jemand vertrauen soll, bist du gestorben. Warte mal, warte mal, warte mal. Jan ist, oder? Jan, Jan ist es, ne? Jan ist es, ne? Ich bin's nicht. Ich bin's nicht, Tim. Wrong information. Missing information. Ist es Jan oder nicht? Weil Jan ist grad hier hintergelaufen und es hört von mir. Hier ist ne Leiche. Hier ist ne Leiche. Neos tot. Wo? Ich hör jemand saufen. Ich hör jemand saufen. Ich hör jemand saufen. Demo, dem kann ich vertrauen. Ist Jan jetzt oder nicht? Ja, ist super leid. Wo, 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 wo. Okay. Also ich weiß nie, wer will ich jetzt schießen. Also Jan ist safe, okay. Okay, Jan. Also auf Jan schieß ich. Ach, Jan schieß ich dann auch. Weil ich hab's so schnell auf ihn geschossen. So. Oh, hallo. Ich hab ihn halt bis jetzt noch nicht gesehen. Jetzt seh ich ihn. Da ist er. Wo, 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 wo. So, hau. Und ich hab dich aus dem Gefängnis gelassen, ich Idiot. Oh mein Gott, der wurde weggesniped neben mir. Ja, ist tot. Wo? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab dir Schaden gemacht. Es tut mir leid. Kein Problem. Ich geh weg. Ich hab Angst. Oh Mann. Haarfleisch bringen. Ne. Hallo? Ich bin alleine. Wir leben jetzt noch. Ist der Dieter auch tot? Ja. Da ist Jan. Gott, jetzt krieg ich Schaden. Wo? Okay, Jan ist wieder tot. Gott, der Dieter ist gestorben vor meinen Augen. Es ist so oft, wie ich Jan jetzt angeschossen hab. Das war jetzt glaube ich nicht so gut. Oh, Moment. Ja. Äh? Wo seid ihr? Wer? Ich bin Inno. Hallo? So. Da fehlt jetzt nur noch der Dams. Josh, ich hasse dich. Du kannst doch gar nichts. Du kleine Stück Scheiße. Mann! Och Mann. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Oh. Oh, ich hab Traitor. Sag der, der sich Traitor-Items kaufen kann. Warte. Ja, stimmt. Ich hab einen Punkt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich hab mehrere Punkte. Oh. Hm. Okay. Hallo. Hallo. Wo bist du denn? Äh. Ah, da. Was? 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 Du weißt, wo ich bin? Nein. Nein. Und das... Nein! Oh, das ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Oh, ich hab grad Grafikwachs. Oh Mann. Du darfst nicht durch die Wände fliegst. Wenn du durch die Wände fliegst, hast du Grafikwachs automatisch. Geilster Tod, Elfa. Ja. Das war so dumm. Das war schon ziemlich blöd, ne? Das war schon ziemlich blöd, ne? Josh gab's richtig geile Aktion. Die ganze Zeit mitgespielt, ey. Das Problem ist, ich habe zweimal Shiri vergiftet, weil ich dachte, Tim wird da stehen. Ja, gut, dass... Jaaaa! Ist okay! Gut, dass du Shiri umgebracht hast. Ey, ich komm hier nicht raus. Ich hätte sie nicht umgebracht. Das ist so leid. Ich hab's halt irgendwann vergiftet. Ich komm hier nicht raus, hallo. Hier, warte. Mein großes Problem war, ich habe einen Traitorfalle ausgelöst und eine halbe Sekunde später warst du tot. Ich so, fuck. Hallo. Ne, Tim hat mich schon umgebracht. Okay, okay. Josh, ich vertraue dir nie wieder. Ich bin Dater! Tötet Shiri, sie vertrauen mir nicht. Moment. Da ist jetzt blöd gelaufen. Danke. Karma, bitch. Karma ist ein Tänzer. Moller, Moller. Dann guck mal, ich stehe hier. Hallo Moller. Ich denke... Hier war Knopf. Ich bin falsch gestoppt. LOL Hallo Moller. Mach dir besser. Moller. Hallo Moller. Hallo Moller. Wie kommt denn hier eigentlich ins Portal rein? Hallo Schirrl. Muss erst ins Lapper. Okay. Ich höre so viele Schüsse. Wo kommen sie her? Ja, Frank. Ich auch. Joshi. Wo ist Moller? Hallo. 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 Hallo Tim. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt Moller. Wo bist du? Discombo? Magnus. Ja, Discombo. Ja. Oh, ja. Ich will zu Magnus. Oh, oh. Ich habe wichtige Aufgaben zu erledigen. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich beschütz dich. Ich beschütz dich. I came alive. I'm coming with you. Magnus. Jetzt hast dich gefunden. Schmeiß davon. Baiten. 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 Und? 3, 2, 1, 10. Lotz. Ah Musik. 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 Oh Gott, Musik. Oh, es ist nur Smoke. Es ist nur Smoke. Ich will hier nicht sein. Jetzt Smoken wir uns ja auch noch einen. Oh ja, warte, warte hier. Ich meine, wir haben heute ja den 20.4., ne? Ja, heute ist Tag. Oh Gott. Oh Gott. Heute ist Welt-Wie-Tag. Habt ihr alle eure Weeds schon eingenommen? Ja, natürlich, das will ich nicht aufnehmen. Ich will hier drin bleiben. Okay, dann bleib da drin. Ich habe Hunger auf Bacon. Josh, Josh, ich will auf Bacon. Hallo Yoshi. Was ist das? In der Falle? Die Falle ist der Weg hier oben, der schon kaputt ist. Achso. Wir schießen überall Leute. Ach so. Ich würde behaupten, Dani und Shiri, Dani und Shiri, beide Proven, Dani und Shiri. Ich will wieder raus. Mir ist gerade irgendwer entgegengekommen. Weil genau der Neo umgebracht wurde von Dani und Shiri direkt daneben stand und nichts gemacht hat. Oh, Shiri ist Tee. Das hast du gar nicht gesehen. Ich habe Angst. Ich auch. Ich werde dich hier gegen meinen Willen als... Ich stand hinter euch halt. Ich werde dich gegen meinen Willen als... Ich bin bei dir, Josh. Ich, Game Time hier. Dani! Ja, komm. Hallo? Ist alles okay? Hallo? 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 So, ähm, ich lebe noch. Ach du lebst noch? Oh, das ist aber schön. Die ist schon wieder neben Magnus! Fuck, yo! Ja, ich dachte, Dani wird noch neben mir stehen, aber Magnus war's auf einmal. Das ist ja gemein, dass du denkst, ich wär's. Ja, okay, äh... Oh, fuck, ich hab die nicht kommt. Dani ist übrigens immer noch die andere Person. Das stimmt nicht, ich bin tot. Also, Magnus ist es nicht. Magnus ist es nicht. Magnus ist tot! Achso. Tim ist tot. Den hab ich gekillt. Yoshi? Moller, du kannst Dani ja schießen. Ich bin im Gefängnis. Moller, dann mach ich... Das sagst du zu einem sehr günstigen Zeitpunkt, weil ich ungefähr... Hab sie! Nice! Ich will ja trotzdem raus! Ich renne aber 13 Sekunden, ist weit! Komm, 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 komm! Warte mal! Magnus! Ich bin fast wieder bei 1000! Warum hast du nicht... Was? Warum hast du nicht einfach eine Granate bei mir reingeschmissen und bist weggegangen? Hä? Weil... Ich wollte dich so bis zum Ende aufheben. Hallo! Warte! Leute, mein Karma wird besser! Schaut euch das an! Wir sind stolz auf dich! Ja, ich hab grad gegen das Mikrofon... Warte ich noch! Es tut mir leid. Wartet die eine Runde ab, wenn wir gleich wieder von 950 Karma auf 300 fällen. Wenn sie wieder auf mich losgeht. Also... Also sagen, seitdem ich Möller nicht mehr schieße, geht's mir viel besser! Es war so gut! Siehste mal, ne? Siehste mal! Hallo! Ah, schade, jetzt bist du rausgekommen! Wir waren alles entdeckt! Ich bin frei! Ich bin frei! Du bist hässlich! Ich bin Dete! Und hässlich! Moller, Moller, geh da mal rein! Geh da mal rein! Komm! Geh mal rein! Nein! Ich bin nicht wieder ins Gefängnis! Ich bin Dete! Komm, geh da rein! Leute, ich hab ne gute und ne schlechte Nachricht! Die gute ist, ich hab rausgefumpt, wie man in Venet hat... Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ja! Ich kann total gehen, aber nur von einer Seite funktioniert! Oh, ist Minecraft! Was? Was ist das hier? Willst du merken? Oh, Mann! So, das ist wieder raus! Oh! Oh! Warum stehst du so ruhig? Ich hab Angst! Traitorfalle war das! Traitorfalle war das! Traitorfalle? Welche Traitorfalle? Muss das gehört sein? Ne, ist Traitorfalle! Hier oben ist der... Oh, verstanden! Achso, du meinst in einer Lava oder was? Oh, guck mal da! Der Shotgun! Oh! Oh! Wir schießen da jetzt! Deo? Ja, ich schieß der Deete! Achso! Der Deete! Wer ist da? Der Deete! Warte, warte! Was ist los, Yoshi? Hallo! Oh! Hä? Okay! We-ah-ah-ac-me! Can't-er-ah-ac-me! It came about working from! Kann man bitte jemanden Danni tüten? Ja! Ja! Danni's K.O.S! Danni K.O.S! Na bitte! Wo ist Danni? Der Deete befehlt! Der Deete befehlt! Der Deete befehlt! Der Deete befehlt! Jan! Jan wird geneivt! Was? Ja, das ist nicht schlimm! Oh, nein! Wenn er geneift wurde, dann war das wohl ein Triter. Man traue irgendwie niemanden mehr. Man kann geneifen? Dumps spielt mit dem Knopf. Würde ich schnell auslösen, damit kurz man da rüber gehen kann. Ja. Discombo-Party. Ich hatte Angst. Ich will da rein. Ich hab mich fast selber damit umgebracht eben, als ich da rüber laufen würde. Ich will, dass der Kripa hoch geht. Geht das denn? Das ist ein Schrader-Faller. Wow. Oh. Da war eine Discombo, oder? Oh mein Gott. Das ist Neo. Hi. Dumps. Hallo, ich bin Dani. Hallo. Hallo. Ich hab Angst. Hallo Menschen. Angst. Hallo. Das ist ein Mensch. Ein Mensch. Da kommt noch einer. Ein Magnus. Warte mal, warum hat der jetzt gerade... Magnus. Hallo. Hi Dumps. Oh, ein Command-Block. Vergiss mir das einfach richtig. Nicht den Command-Block gucken. Oh mein Gott. Command-Block. Da kommt's. Wow. Dumps. Hallo. Ich hab Angst. Und jetzt hat der inquisierT. Der Neo. Ich hab schürfen halt. Ich hör, ich hör, ich hör, ich hör. Ich hab einfach geschossen. Jetzt sind ja durch den Rather gekommen hier. Wie Jumps just in the Nether-Ride. Nice. Das Nether ist ja richtig fein. Wir machen Party im Nether. Da ist doch ein linkes Bein. Denn wir werden hier nie wieder rausschicken. Molla, warum bist du hurt? Ich war einmal drin und bin schon wieder draußen. Ich weiß nicht, was du tut. Ich bin genau... Welcher können Sie vollkommen? Bullshit. Da ist Josch! Ich sehe Josch! Wagnus verfolgt mich! Wagnus verfolgt mich! Wagnus verfolgt mich so lange. Seid ihr wieder alle im Nether? Ich bin im Nether. Wagnus verfolgt mich so lange. Ich bin im Nether. Hallo Leo. Molla. Wer ist Gronk? Wo ist Gronk? Hallo Dami. Ich will Gronk sehen. Ja, Martin! Irgendwas hat auf mich geschoppt. Wo war das? Ich habe irgendwo einen Toten gehört. Ich habe einen Toten. Ich bin im Nether, aber ich habe nie mehr umgebracht. Aber ich habe einen Schrei gehört, als ich reingegangen bin. Runtergefallen. Da liegt doch jemand. Und ich bin sehr klein. Hier, warte. Shotgun, lol. War das im Nether? Naja, gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Das wisst ihr schon. Ich habe mich im Tee verlaufen. Ich habe mich im Nether verlaufen. Ich habe mich im Nether verlaufen. Yoshi, du bist ein böser, böser Mensch. Mal ein Tee-Kollege von mir sagen, wo die sind. Ich habe kein Radar. Oh, wen suchst du denn? Ich habe auch keinen Radar. Hallo? Oh, mein Gott. War das ein Bug? Yoshi? Ich darf nicht reden. Ich bin tot. Ich bin bestimmt tot. Yoshi, sag mal bitte, wer deine Kollegen sind. Also nicht deine Kollegen sind. Okay. Nicht meine Kollegen sind Dani und Neo. Ah, okay. Was? Also, Daniel und Neo K.O.S. Ich würde sagen, ja. Oh, hier schießen alle. Aber ich weiß nicht, wo die Party abgeht. Da, wo ich nicht hingehe. Kann man jemand auch für die Chips zu essen? Einer hier muss sich nicht konzentrieren? Also, Daniel, du dummst. Einer von euch beiden müsste der letzte Traitor sein, glaube ich. Ja, ich garantiert nicht. Ja, dann töte du dummst. Ganz einfach. Es ist ein, die wurden wiederbelebt. Ich denke, Yoshi lebt auch noch. Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Du hast mich angeschossen. Ich bin's nicht. Dams ist es. Ach, Mann. Scheiße. Scheiße. Diese super aussehende, tolle Dani ist es nicht. Was? Ja, dann kannst du es trotzdem sein, Dani. Ja. Dani ist es auch. Hübschen Menschen sind es nie. Deswegen ist Yoshi es immer. Ja, darum kannst du es ja sein, Dani. Oh, meine Maus spackt. Nein! Oh, jetzt nicht mehr. Oh. Komm her. Die Overtime habt ihr denn noch, meine Süßen? Ja. Nein. Oh, come on. Ey, das ist eine schwere Geburt. Oh, mein Gott. Neooo. 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 Neooo kuschelt mit mir die ganze Zeit. Ich hab noch nie ne Runde gewonnen. Also versuch, bis zum Ende überlebt. Ich habe Neooo aus Versehen umgebracht, weil ich ne Märtyrer hatte. Und Neooo in mir gelaufen ist, als ich mit Tim gefightet habe. Ah, das kenn ich. Neooo läuft doch immer in mich rein. Tim hatte schon wieder... Deine... Sein Scheiß. Dann ist das wie ein Unfall aus. Du hast mich geneift. Ja, ey. Sex Chains ist so standard. Du bist jetzt hin und her gelaufen. Ja, komm. Die Gelegenheit muss ich jetzt einfach nutzen. Wenn Jan mich noch nicht mal gecallt hat, dass ich neben ihm laufe. Ich hab dich auch vorher tatsächlich nicht gesehen. Ja, deswegen halt. Du hast halt nichts gesagt, ne? Instagram. F steht für Freunde, die was unternehmen. F steht für Ukulele. Warum hab ich... Ein steht für Naseweiß und ich mach mit dir. Scheiß. Was ist denn? Hä, wie hast du Schaden? Ich weiß nicht, ich hab auf einmal Schaden bekommen. Harry. Ja, du hattest den vor noch nie arounded. Was ist los? Warum stehst du hier mit einer Waffe? Oh Gott. Der hat gerade geschossen. Hier schießt jemand. Tim ist T. Nein, ich hab dich nicht angeschossen. Jan ist T. Oh. Achso. Nein. Aber hier unter uns ist einfach Rauch. Und da liegt wahrscheinlich irgendwo ne Leiche. Josh ist T. Eindeutig. Der hat nen Aufzug benutzt. Wo ist Josh? Aufzug auf. Wobbel mich nicht hier so hoch drunter. Was? Ich bin ja dafür, dass Tim T ist. Der ist immer orange angezeigt. Tim und Josh werden immer orange angezeigt. Es ist ganz eindeutig, dass die T sind. Ja, ich bin eindeutig ein T. Ganz klar. Da steht bei mir unten ja auch innocent. Ich bin's, Joshi. So, jetzt nicht wundern. Ich stehe gerade mal in Nether. Ich musste mir gerade das Hälfte neu aufsetzen. Und Moller ist bei Josh. Achter. Wer ist das Besseres, Tim? Wer ist da? Wer ist der Josh? Die Panik, wenn du jemandem stehst und einfach den Namen nicht gesehen hast. Ja. Aus Angst, du könntest sterben, wenn jemandem kommt. Hallo. Josh muss hier durch. Nein, das ist der Jan. Magno. Der ist in der Wundet. Oh, Danny ist wundet. Nein. Eieiei. Ich bin verwundet, ja. Der Neo war von Anfang an wundet. Also, ich verstehe das hier alles. Das ist ein Moller. Moller. Ja? 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 Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, 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 das mag ich kann sie nicht mehr. Danni ist ein Death Ringer, hat ein PhD-Flopper. Das ist ein Passhul. Ah, jetzt nicht durcheinander reden. Hallo, das verwirrt mich. Okay, Danny ist es. Hallo, game time. Danny proven. Danny proven. Und, hat die Falle... Hilt in einem Passhul? Wer bist du nicht? Ja. Ja. Pumph! Sorry! Du lebst mich wieder! Nein! Ich hab keine Points! Es tut mir leid! Nein! Erstmal! Das war Shiri übrigens! Ich weiß nicht! Das war so witzig! Okay! Ach man! Hey Jan! Josh, es tut mir leid! Wo bist du? Josh, es tut mir leid! Das war ein Versehen! Ich bin unschuldig! Ich find keine Pistole auf der Map! Hallo! Ich distanziere mich jetzt von euch allen nicht, aber da hat keine Lust mehr drauf! Neos ist tot! Der liege Männer! Josh hat's wie gesagt erwischt, aber der wurde von Dani was, glaub ich? Ja, Dani ist es auf jeden Fall! Ich hab nichts gemacht! Dani ist KOS! Ja, 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 ja! Ja, ich stand daneben! Oh, ohne Grund! Ohne Grund! Hallo! Da hat jemand getötet! Ja! Dani! Ich hab nichts gemacht! Ich bin ein Männer! Ja, 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 ja! Hier ist die Leiche! Ich hab nicht meine Rifle! Ich kann damit nicht umgehen! Nee, sie hat echt keine Rifle! Ja, sie ist! Also, Jan hatte gerade ne Rifle gehabt! Ja, aber ich hab ne Schatze! Ja, ich bin dafür, dass es Jan ist! Ja, nee, nee, kann sein! Ich bin dafür, dass es Jan ist! Du bist konfirm T! Du hast gar nichts mehr zu melden! Okay, Jan ist proven! Innocent! Ey, warum das denn jetzt?! Wenn ein T sagt, dass er T ist, dann ist er proven, würde ich sagen! Ich bin kein T! Hä? Oh, jetzt bin ich wieder draußen! Ich entferne mich von mir! Dani, wenn du zu mir kommst, dann bist du kein T! Nein, ich werde geschossen! Jemand schießt auf mich! Was heißt denn jemand? Wo war der? Jemand ist keine gute Angabe! Ja, das ist das Problem! Ich weiß nicht, wer es war! Okay, Moller war der nicht! Dan schießt auf mich und ist tot! Ja, ja, alles gut! Oh, hier ist Mello und ja, hallo! So! Okay! Käse! Was? Käse! Moll! Oh! Ich hab Moller getötet! Aus zu sehen! Also eigentlich, das wäre Dani! Ah! Alles gut! Alles gut! Nicht! Schießen! Ich hab Angst! Moller war T! Guck rein! Guck rein! Er schießt mich nur nicht! Wenn da keine Punkte mehr drin sind, bring ich dich um, ne? Ne! Offensichtlich keine Punkte! Nein! Du sind Shit! Spaß dir! Steh wieder auf! Ich bitte dich da hoch! Steh wieder auf! Hi! Hälfte Taste! Das ist auch Leer-Taste! Oh ja, sorry! Ich tue die trotzdem! Easy! Ach komm, Moller! Nein! Nein! Okay. Oh. Warte mal, Dani ist gar nicht tot. Never ever. Never ever. Warte mal, was haben wir denn hier so lustige Sachen? Ich kann ja gar nicht so lange shoppen, weil ich keine Zeit hab, aber... Nein Dani, verpiss dich. Ich hab's gehört. Ich hab nie was getan! Nee, ich hab nie was getan! Ja, ein Deadwinger zweimal. Dieses Geräusche, als ob jemand... Nein! Ja! Was? Was ist das denn? Alle vernehmen sie wieder! Dani! Jetzt bring ich dich wirklich um. Schatz! Komm her! Nein! Aua! Wir sind doch Freunde, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Hab ich noch was? Oh, guck mal! Second Chance! Ich hab 3 HP! Gut, dass ich so viele Punkte hab. Wie viel Zeit habt ihr denn? Nicht mehr viel, oder? Drei Minuten! Ja, okay. Ja! What's up! Oh Mann! EG! Dann Schiri abmacht! Oh, ich hab wieder respawn! Ja, ich hoffe es hat euch gefallen! Und schaut mal bei den anderen rein, die sind unten verlinkt! Ja! Aber der Kalker war! Abholen die hat mich! Ciao! Ciao! Magnus ist toll! Niesa ist er nicht gestorben! Ach so, warte mal. Warum bist du nicht gestorben?